so hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute wieder world of tanks da hinten in der ecke habt ihr mein studio gesehen und ich würde sagen wir starten sofort mit dem lago weil ich musste nur noch jetzt die panzer freischalten und dann ist er fertig let's go ok gerade vergessen start zu drücken ich bin das schlechteste angeblich hier da hat mich weg gerammt so wo sind die Ah, ist so weit weg, ich muss näher ran. Ich werde am Visier von... Oh, getroffen. Nice. Okay. Das ist rot. Kente wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Panzerung nicht durchschlagen. Der vierer mittlerer Panzer gegen schwere Panzer? Das schafft er doch nicht. Das lach ich ja, schafft er nicht. Anvisieren und... Wir haben sie nicht mal angekratzt. Mist. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wow. Boah. Der macht aber schaden. Schauen wir mal, was der letzte von uns hier macht. Hey, du wirst getroffen. Und wieder getroffen. Und down ist er. Warum war er mit dem schweren Panzer hinten? Naja, egal. Hier, da hat er seine andere Spielweise. Mit dem mittlerabschweren und mit dem... Oh, wie schlecht war ich gewesen. Achso, weggedrückt. Ich trottel. Na gut, warte geht's. Nächste Runde. Okay, die zweite Runde geht los. Achso, übrigens, ich spiele ja hier World of Tanks Blitz. Die Handy-Variante, nicht die Computer-Variante. Ähm... Wo habe ich mit denen? Gute Munition? Hm, okay. Egal. So, dann... Schieß mal damit, ne? Okay. Probieren wir mal aus. Los, du bist gleich oben. Ich werde amüsiert. Oh, Gott. Von da hinten. 30. 30 nur Schaden. Oh, voll daneben. schnell weg hier oh nee komm jetzt rein da eh ne, das war nicht gut, werden wir trotzdem noch gewinnen, ich denke nicht oh, schießt denn der hin da schießt der oh, schön Amex, das war der Franzose, oder? ah, muss ich dem nächsten rüber gehen? ne, wo ist der nächste, da ist er KV1, das ist KV1 du musst dich auch bewegen, sonst hast du gleich so oder so verloren oder er ist so ein Spieler, der möchte lieber überleben da gibt es auch solche Spieler, die wollen nur überleben so ein Motto, ich will nicht sterben lass mich in Ruhe na gut jetzt schauen wir uns aber das Ergebnis an nicht da oben links drauf drücken auf die X, das ist böse 140 Schaden oh, ah 144 Sterne nur na gut, dann will ich mal sagen, das war's für heute ich war der viertbeste Spieler aus meinem Team drei Leute am überleben gut dann sag ich mal Dankeschön für das Zuschauen ich werde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal seid bis dann mit euch viel Spaß drauf hier sehen ciao, ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.